Diese Dinge kann fast jeder in der Steuererklärung absetzen und damit auch im Jahr 2022 noch Steuern sparen. Welche Dinge des täglichen Lebens dazu zählen und was man dabei beachten muss, das erfahrt ihr in diesem Video. Hi, ich bin Simon und heute geht es um absetzbare Kosten, die fast jeder von uns hat und die man aber in der Steuererklärung nutzen kann, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Denn dabei wollen wir euch ja mit unseren regelmäßigen Videos hier auf dem Kanal Smartsteuer helfen. Also abonniert gerne unseren Kanal, wir freuen uns über jeden Abonnenten. Starten wir nun mit einem Bereich, der so gut wie jeden von uns betrifft und das ist die Altersvorsorge. Diese ist nämlich in weiden Teilen von der Steuer absetzbar. Dabei kommt es aus steuerlicher Sicht darauf an, welche Form der Altersvorsorge man gewählt hat, denn diese wird in drei große Bereiche unterteilt. In der sogenannten ersten Schicht befindet sich die Grundversorgung, also beispielsweise Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, einem berufsständischen Versorgungswerk oder aber auch zu einer Basisrente, welche umgangssprachlich ja auch gern als Rürup-Rente bezeichnet wird. Beiträge, die man in dieser Schicht eingezahlt hat, können abgesetzt werden. Die prozentuale Höhe steigt hierbei von Jahr zu Jahr. Aktuell sind es für das Steuerjahr 2022 beispielsweise noch 94% der Beiträge von maximal 25.639 Euro pro Steuerzahler. Bei verheirateten Personen oder eingetragenen Lebenspartnerschaften dementsprechend der doppelte Betrag pro Jahr. Nach den jetzt noch gültigen Regelungen steigt der prozentuale Wert eigentlich pro Jahr um 2% an und sollte erst ab dem Jahr 2025 100% betragen. Doch im letzten Entwurf des Jahressteuergesetzes 2022 ist eine vollständige Absetzbarkeit von Altersvorsorgeaufwendung bereits für das Jahr 2023 geplant. Allerdings muss der Bundestag und der Bundesrat noch zustimmen, damit dies gültig wird. In der zweiten Schicht findet man dann gezahlte Beiträge für sogenannte Riesterverträge oder auch zu betrieblichen Altersvorsorge. Riester-Beiträge kommen hierzu in der Steuererklärung in die Anlage AV, die extra dafür geschaffen wurde und dort kann man pro Jahr bis zu 2.100 Euro vollständig absetzen und so sein zuversteuernes Einkommen senken. Bei der betrieblichen Altersvorsorge sind es hingegen sogar 6.768 Euro, die steuerfrei bleiben. Allerdings geschieht das nicht in der Steuererklärung, sondern bereits auf der Lohnabrechnung bei der Einzahlung. Die Beiträge zu einer solchen betrieblichen Versorgung werden nicht in der Steuererklärung eingetragen. Die dritte Schicht, in der man private Altersvorsorgeverträge findet, kommt ebenfalls nicht in die Steuererklärung und gezahlte Beiträge wirken sich überhaupt nicht steuerlich aus. Der nächste Steuertipp ist dann einer meiner persönlichen Lieblinge, da er so einfach, aber gleichzeitig auch wirkungsvoll ist. Und er bezieht sich, jetzt kommt der Fachbegriff, auf haushaltsnahe Dienstleistung. Damit sind letztendlich Arbeiten gemeint, die man direkt oder indirekt bezahlt hat und die rund um das eigene Heim oder die Mietwohnung angefallen sind. Sowohl Eigentümer als auch Mieter können sie in der Steuererklärung für sich nutzen. Das Tolle ist, man bekommt in diesem Bereich 20% der angefallenen Lohnkosten direkt erstattet. Und das ab dem ersten Euro. Maximal darf man hier bis zu 20.000 Euro Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen, wodurch ein Maximalerstattungsbetrag von jährlich bis zu 4.000 Euro möglich ist. Mieter finden solche Kosten übrigens in der Regel in ihrer Nebenkostenabrechnung, wie beispielsweise Kosten für einen Hauswart- oder Hausmeisterservice, für die Pflege des Gartens oder der Außenanlagen, Hausreinigung oder auch den Winterdienst auf dem eigenen Grundstück. Also alles, was eben rund um den Haushalt oder im Haushalt selbst an Arbeiten durch eine Firma erledigt wurde. Weitere Beispiele sind außerdem Mahlzeitenvorbereitung, Teppichreinigung, Fensterputzer, Hand- und Fußpflege im Zusammenhang mit Pflegeleistung und viele mehr. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens auch mit Kosten für Handwerker oder durchgeführte Wartung, wie zum Beispiel eine Termwartung oder die Wartung eines Aufzugs. Aber auch angefallene Kosten für Reparaturen und Instandsetzungen durch Fachfirmen zählen hierzu. Auch hier sind die Lohnkosten absetzbar und das sogar bis zu 6.000 Euro jährlich. 20% davon werden auch hier erstattet. Relativ neu ist hingegen die nächste Möglichkeit in der Steuererklärung und die hat in den letzten zwei Jahren Millionen Menschen betroffen. Es geht um das Arbeiten von zu Hause und die Homeoffice-Pauschale, welche seit dem Steuer 2020 nutzbar ist und auch für 2021 und 2022 verlängert wurde. Dabei kann man 5 Euro pro Tag ohne Einzelnachweise für entstandene Kosten absetzen. Das geht dann für maximal 120 Tage im Jahr, wodurch man bis zu 600 Euro absetzen kann. Aber Achtung, an diesen Tagen kann man dann nicht zusätzlich die Entfernungspauschale für den Weg zur Arbeit absetzen, selbst wenn man vielleicht beides am selben Tag gemacht hat. Es geht immer nur eins für einen Tag, da muss man sich entscheiden. Der nächste Steuertipp kommt eher aus einer unschönen Ecke und betrifft die außergewöhnlichen Belastungen. Damit ist jetzt nicht der Kauf eines teuren, außergewöhnlich großen Autos gemeint, sondern leider finanzielle Belastungen des Alltags, die unvermeidbar sind und dem Großteil der Steuerzahler nicht regelmäßig entstehen. Auch hierzu ein paar gängige Beispiele, die das Ganze deutlicher machen. Außergewöhnliche Belastungen können zum Beispiel sein Arzt- und Krankheitskosten, Medikamente, Zahnersatzkosten, Kosten für eine Brille, Beerdigungskosten, Pflegekosten, Unterhaltskosten und einige weitere, die man selber getragen hat. Alles, was man davon selbst bezahlt und nicht erstattet bekommen hat, sollte man dann aufs Jahr gesehen zusammenrechnen. Allerdings wirken sich diese Kosten nicht ab dem ersten Euro aus, sondern sie müssen einen zumutbaren Eigenanteil übersteigen. Wir haben hierzu mal ein extra Video gemacht, welches wir euch natürlich gern verlinken und wo ihr erfahren könnt, wie genau dies berechnet wird. Das würde an dieser Stelle hier zu weit führen, denn die Höhe des Eigenanteils ist nicht einheitlich und richtet sich nach dem Einkommen, aber auch nach der Anzahl der Personen im Haushalt. Kurz und knapp ist dafür der nächste Steuertipp und der ist Arbeitsmittel- und Kontoführungsgebühren. Achtung, anders als man es oft liest oder hört, handelt es sich bei den beiden folgenden Beträgen nicht um Steuerpauschalen, auf die jeder ein Recht hat. Nein, es sind zwei sogenannte Nicht-Beanstandungsbeträge. Das heißt, wenn man sie in der Steuererklärung einträgt, dann werden sie in der Regel vom Finanzamt akzeptiert, ohne Nachfragen oder Einzelnachweise. Rechtlich gesehen muss man aber solche Kosten tatsächlich auch wirklich gehabt haben, um sie steuerlich nutzen zu dürfen. Was der Einzelne dann daraus macht, muss jeder für sich entscheiden. So kann man dann als Werbungskosten 110 Euro für Arbeitsmittel und 16 Euro im Jahr für angefallene Kontoführungsgebühren absetzen, was die Finanzämter wie erwähnt eben meist akzeptieren. Hat man dagegen höhere Kosten in Wahrheit gehabt, so sollte man natürlich lieber die tatsächlich angefallenen Kosten absetzen. Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, Steuern zu sparen und in diesem Video ging es mal um diejenigen, die fast jeder von uns hat beziehungsweise die ganz normal sind im Alltag. Mal mehr, mal weniger, je nach Person. Auf dem Kanal hier findet ihr natürlich viele zusätzliche Videos dazu und auch in der einfachen Online-Steuererklärung von Smartsteuer sind unzählige Tipps und Erklärungen direkt integriert. Schreibt uns doch auch gern euren Lieblingstipp zum Steuern sparen in die Kommentare, das hilft dann der gesamten Gemeinschaft hier auf YouTube. Wir hoffen euch, den einen oder anderen Tipp damit gegeben zu haben, damit ihr in Zukunft etwas mehr Steuern sparen könnt. Weitere Videos findet ihr hier auf unserem Kanal, also abonniert uns doch gern und lasst dem Video einen Daumen nach oben da als kleine Unterstützung unserer Arbeit. Vielen Dank und allen wünschen wir natürlich wie immer viel Erfolg bei der nächsten Steuererklärung und das einfach online mit Smartsteuer.